Das Interessante, was auch wirklich einmalig momentan ist, die Daten kommen rein und wir können sie sofort analysieren. Das heißt, das ist ein Realtime-Prozess. Wir sehen das Virus quasi in Echtzeit, wie es sich entwickelt, wie es sich ausbreitet. Und wir können diese Daten analysieren und zumindest unseren kleinen Beitrag dazu leisten, wo am besten angesetzt werden kann, um das Virus effektiv zu bekämpfen. Prinzipiell brauchen wir natürlich die Genom-Daten des Virus. Das heißt, wir müssen verstehen, wie das Virus funktioniert, wie es aufgebaut ist, wie es sich unterscheidet zu anderen Viren. Das brauchen wir zum Beispiel, um Impfstoffe zu entwickeln. Dafür müssen wir genau wissen, wie das Virus aufgebaut ist. Andererseits gibt es aber auch Strukturdaten von Naturstoffen, kann man sich vorstellen, oder von bereits bekannten Wirkstoffen, die wir haben, die wir dann versuchen zu analysieren und mit den Strukturdaten des Virus zu kombinieren, sodass wir quasi in einem Rechner schon vorhersagen können, ob ein spezieller Wirkstoff eventuell gegen das Virus wirken könnte. Computergeschützte Methoden haben natürlich den Vorteil, dass ich sie beliebig skalieren kann. Das heißt, ob ich nun zehn Compounds in einem Rechner teste, also zehn kleinen Strukturen, zehn potenzielle Medikamente, oder ob ich eine Million teste, das kann alles parallelisiert werden. Das heißt, das ist einfach nur eine Frage, wie viele Rechenkapazitäten habe ich? Und das können wir mit dem Netzwerk, was wir hier aufbauen, beliebig skalieren. Denn diese Rechenkapazität, die stand uns vielleicht vor zehn Jahren jedenfalls nicht in dem Maße zur Verfügung, dass jeder Wissenschaftler dieser Welt auf unsere Infrastruktur rechnen kann. Und das gab es vor zehn Jahren noch nicht, das gab es vor fünf Jahren noch nicht. Und das macht die Sache bedeutend schneller, um Schlüsselerkenntnisse zu ziehen in dem Verständnis des Virus für potenzielle Impfstoffe oder Wirkstoffe. Generell ist zu sagen, dass das, was wir gerade tun, auf einem globalen Maßstab unglaublich viel Rechenressourcen braucht. Und dafür wird auch ein Supercomputer, den wir hier sogar haben in Freiburg, nicht komplett ausreichen. Das heißt, was wir gerade versuchen, sind alle Rechenressourcen zu bindeln, die wir sogar weltweit zur Verfügung haben. Das ist zum einen die Recheninfrastruktur, die uns vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Verfügung gestellt wird. Das ist das deutsche Netzwerk für Bioinformatik-Infrastruktur. Das sind aber auch Rechenkapazitäten, die uns die Uni Freiburg großzügigerweise zur Verfügung gestellt hat für das Projekt. Andere interessante Ansätze sind zum Beispiel die Folding-at-home-Projekte, wo einzelne Individuen ihre Rechenkapazität, die sie zu Hause und am Arbeitstisch haben oder den Spielecomputer, den man hat, diesen der Community zur Verfügung zu stellen, um quasi ein globales Netzwerk aufzubauen, um gewisse Sachen auszurechnen. Ich war bis vor dem Outbreak der Meinung, dass wir eine weltweite Infrastruktur aufgebaut haben, dass jeder seine Daten frei zur Verfügung stellen kann. Leider ist es so, dass wir gesehen haben, dass viele Wissenschaftler ihre Daten wieder in ein Datensilo packen, wo nicht jeder rankommt, wo man sich registrieren muss, wo es verboten ist, die Daten dann weiterzugeben an dritte Wissenschaftler. Und dagegen versuchen wir gerade ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Also meine Wunschvorstellung ist tatsächlich, dass Leute aus Afrika, aus Brasilien, Wissenschaftlern aus diesen Ländern auch Zugriff auf alle Daten haben, vielleicht auch sogar unsere Infrastruktur benutzen können, die wir hier in Freiburg und in Europa entwickelt haben, um auch ihre Daten zu analysieren, die sie in Afrika oder in Brasilien oder in China erheben.